Wir Freiheitliche stehen neuen Technologien grundsätzlich positiv gegenüber, auch der neuen 5G-Technologie. Es ist aber natürlich auch wichtig, dass abgeklärt wird, welche Auswirkungen, welche gesundheitlichen Auswirkungen kann diese neue Technologie haben. Wir in der Landespolitik sind generell wenig Wissenschaftler oder Ärzte, deswegen ist es wichtig, dass wir hier auch die Expertenmeinungen hereinholen, um auch eine Sicherheit zu haben, wenn wir Entscheidungen treffen.